Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Windows 10 Registrierung aus einer Sicherung wiederherstellen. Das Windows 10 Betriebssystem verfügt über eine integrierte Datenbank mit System- und Programmeinstellungen, das heißt eine Registrierung. Unerfahren bei Nutzern wird nicht empfohlen, Änderungen an der Registrierung vorzunehmen oder Parameter zu löschen oder hinzufügen. Dies kann zu einem Systemabstoß und der Notwendigkeit führen, die Windows 10 Registrierung wiederherzustellen. Zeitreiche Registrierungsfälle und deren Feldfunktionen können auch zu einem Verlust der Systemleistung und einem Fehler beim Laden führen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch, Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Windows 10 sichert die Registrierung automatisch alle 10 Tage, die im lokalen Z-Ordner, auf dem das Betriebssystem installiert ist, gespeichert ist. Windows-System32-Config-Rackback Sie können die automatische Sicherungsfunktion auch manuell mit dem Taskplaner konfigurieren. Gehen Sie dazu zur Systemsteuerung Administration Taskplaner. Als nächstes klicken Sie auf Scheduler Library Microsoft Windows Registry und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile Regel der Backup. Klicken Sie auf Properties. Klicken Sie auf der Registriergerader Trigger auf die Schaltfläche erstellen und wählen Sie die gewünschten Parameter aus. Geplant, wöchentlich alle 1 Woche am Samstag wiederholen und auf OK klicken. Danach sichert Windows 10 die Registrierung automatisch gemessen den von innen festgelegten Parametern. Sie können die Registrierung aus einer automatischen Stellensicherung mithilfe der Befehlszeile wiedererstellen, die in der Systemwiederherstellungsumgebung gestartet wird. Um in die Wiederherstellungsumgebung zu gelangen, können Sie die Wiederherstellungsdiskette, die Startdiskette oder das USB-Laufwerk verwenden. Nach drei erfolglosen Starts von Windows 10 wird die Wiederherstellungsumgebung automatisch gestartet. Ich habe alle diese Anmeldemethoden in Ihren Videos gezeigt. Klicken Sie in der Wiederherstellungsumgebung auf Fällebehebung, erweiterte Anstellungen und Eingabeaufforderungen. Da sich hier der Buchstabe der Systempreisplatte von C unterscheiden kann, müssen Sie die Befehle Dix-Part und List-Volume angeben. Wir scannen uns an, welche Buchstabe für das Systemlaufwerk verantwortlich ist, in meinem Fall Laufwerk C, und wir geben Exit ein. Geben Sie als nächstes den Befehl ein. Xcode PC Windows System 32 Config RecPyc Windows System 32 Config. Drücken Sie Enter und bestätigen Sie das Ersetzen der Registrierungsdatei aus der Sicherung durch den lateinischen Buchstaben an. Schließen Sie nach Abschluss des Vorgangs die Befehlszeile und starten Sie den Computer neu, um zu überprüfen, ob das System wieder hergestellt wurde. Sie können auch eine Sicherungskopie der Registrierung erstellen und die Registrierung dann manuell von dieser Kopie wiederherstellen. Führen Sie dazu die Funktion Ausführung Windows Duster Plus R aus. Geben Sie den Befehl RGD ein und klicken Sie auf Vergehen. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Methode nur relevant ist, wenn Sie Registrierungsschlüsse wiederherstellen möchten, die nicht vom Wüste verwendet werden. Klicken Sie dann einmal auf Computer und dann auf Gista-Karte-Datei auf Exportieren. Wir geben den Pfad an, in dem die Sicherungskopie gespeichert werden soll. Geben Sie den Namen dieser Datei an und klicken Sie auf Speichern. Als nächstes sollten Sie warten, bis die Kopie der Registrierung gespeichert ist. Danach gehen wir in den Ordner und sehen, dass die Sicherungsdatei erfolgreich gespeichert wurde. Sie können die Registrierung aus einer manuell erstellten Sicherung wie folgt wiederherstellen. Um die Effektivität dieser Methode zu maximieren, muss Windows 10 im abgesicherten Modus mit Befehlszeilenunterstützung geladen werden. In meinen vorherigen Videos können Sie sehen, wie Sie Windows 10 im abgesicherten Modus herunterladen. Geben Sie an der Eingabeaufforderung mit Regedit ein und drücken Sie Enter. Klicken Sie auf der Registerkarte Datei auf Importieren und suchen Sie nach der zuvor gespeicherten Registrierungssicherungsdatei. Klicken Sie drauf und klicken Sie auf Öffnen. Am Ende dieses Vorgangs wird jedoch der Fäller angezeigt, dass einige Dateien nicht importiert werden können, da sie vom System verwendet werden. Wie bereits erwähnt, können Sie auf diese Weise nur die Registrierungsschlüssel wiederherstellen, die nicht vom System verwendet werden. Im abgesicherten Modus reduzieren Sie die Anzahl der vom System verwendeten Registrierungsschlüssel auf ein Minimum. Starten Sie anschließend den Computer neu, um zu überprüfen, ob das System wiederherstellt wurde. Der beste und effektivste Weg, um das System einschließlich der Registrierung in Windows 10 wiederherzustellen, ist die Verwendung von Wiederherstellungspunkten. Detaillierte Informationen zu Wiederherstellungspunkten finden Sie in meinen vorherigen Videos. Wenn Euch dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit, viel Glück und Tschüss.